Spanien 9,750 Punkte. Auch ihre Schwester Sonja, übrigens eine glänzende Kunstturnerin, war bei den Weltmeistern aus der spanischen Mannschaft. Eva Rueda fehlt. Alessia Fernandes nicht am Start. Die Spanierinnen werden ganz bestimmt überraschen in Barcelona. Jetzt Snejana Hristajevo aus Bulgarien. Tja, ein Fingersalto mit einer ganzen Schraube. Ein sogenannter Def. Kaciev Kretsche. Doppel-Doppel, der Aufgang. Prima Übung. Vielleicht fehlt dazwischen noch ein bisschen was. Alleine von Flugteilen sollte auch das Barrenturnen nicht leben. Das ist ähnlich dem Rekturnen bei den Männern. Wer nur Flugteile zeigt, die zwar gut, der bekommt nicht die allerhöchsten Noten. Das hat man auch gesehen bei den Europameisterschaften der Männer in Budapest. Und man sah auch vor allem sehr, sehr deutlich in der Verlangsamung der Bilder, dass es sehr, sehr schwierig ist, die Haltung zu bewahren, im wahrsten Sinne des Wortes, bei diesem schwierigen Gegnersalto. Man wird ja keine höchsten Noten geben, trotz der spektakulären Flugteile, die sie gemacht hat. 9,850 Punkte. Es führt nach wie vor. Tatjana gut zu. Dann auf Platz zwei. Gleichaufs wird Lana Buginskaya und Snejana Hristajevo. Das Kampfgericht. Das Kampfgericht.